Der Zug ist gerade vorbeigefahren. Der Zug ist gerade vorbeigefahren. Mitten in der Stadt liegt ein See. 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 Die Gebäude sind aus roten Backsteinen gebaut. Die Gebäude sind aus roten Backsteinen gebaut. Das Kind geht mit seiner Mutter zusammen in den Park. Das Kind geht mit seiner Mutter zusammen in den Park. Das Kind geht mit seiner Mutter zusammen in den Park. Der Mann geht an den Gebäuden vorbei. Der Mann geht an den Gebäuden vorbei. Die Leute spazieren auf dem Marktplatz. Die Leute spazieren auf dem Marktplatz. Das Sonnenlicht scheint durch die Wolken. Das Sonnenlicht scheint durch die Wolken. Das Sonnenlicht scheint durch die Wolken. Der Mann geht an den Park. Der Mann geht an den Park. Die Leute, die von der Stadt sind in den Park. Der Mann geht an den Park. Körnchen Küçük Çocuk Oyuncak Dükkanının Vitrinine bakıyor. Das kleine Kind betrachtet das Schaufenster des Spielzeugladens. Das kleine Kind betrachtet das Schaufenster des Spielzeugladens. Onlar Arkadaşlarıyla kafede oturuyor. Sie sitzen mit ihren Freunden in einem Café. Yaşlı kadın alışverişe gidiyor. Die alte Frau geht einkaufen. Die alte Frau geht einkaufen. Ich gehe von dieser Straße aus zu meiner Freundin. Ich gehe von dieser Straße aus zu meiner Freundin. Nehirin söhünde, wie solunda Sokaklarvar. Rechts und links des Flusses gibt es Gassen. Rechts und links des Flusses gibt es Gassen. Das Rote Auto parkt am Straßenrand. 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 We arbeiten in diesem Gebäude. Wir arbeiten in diesem Gebäude. sonbahar geldi ağaçların yaprakları yürüyüş yoluna dökülüyor der herbst ist gekommen die blätter der bäume fallen auf den gehweg der herbst ist gekommen die blätter der bäume fallen auf den gehweg hitchpark yedekalmamush es gibt keinen freien parkplatz mehr es gibt keinen freien parkplatz mehr binaje bitkilar salmush pflanzen bedecken das gebäude pflanzen bedecken das gebäude evin önüne gülage di kilmiş vor dem haus wurde ein rosenbaum eingepflanzt vor dem haus wurde ein rosenbaum eingepflanzt der baum ist direkt am haus der baum ist direkt am haus abis 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.